Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Wir zeigen euch heute in Zusammenarbeit mit Silverlit die Tiny Furries. Melee macht eins auf, in ihren Lieblingsfarben, blau und grün, ja stimmt sogar, die Haare sind gleich. Mann, das hätte ich vorher wissen müssen, dann hätte ich mir einen anderen ausgesucht. Jetzt können wir die Haare nicht tauschen, doch ich zeig's euch, wir haben nämlich noch einen ganz besonderen, dazu kommen wir später noch, den goldenen. Okay, wir packen schnell aus. Die Tiny Furries sind interaktiv und sie haben 60 verschiedene Reaktionen. Das sind die Haare, die kann man wegmachen, das mache ich jetzt gleich. Batterien sind dabei und dann kann man hinten diesen Stift hier rausziehen, wenn die Batterien einbrennt. Ich finde deinen schöner. Ehrlich? Schön bunt, gell? Schalten wir sie mal ein. Man darf nur zwei Sekunden nicht hier auf den Knopf an der Nase drücken. So, jetzt kann man sich mit einem kleinen flauschigen Tierchen hier beschäftigen. Und wenn man ihn so schüttelt, dann lacht er. Genau, und wenn man heftig schüttelt, dann schüttelt er. Und wenn man pustet, dann schläft er. Okay, ich puste auch mit. Oh, so schüttelt er. Sleepy. 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 Hoppern. So, man kann ihn tätscheln hinten. Meistens kichert er dann auch. So, was ganz cool ist, man kann die Sprache aufnehmen. Zweimal kurz drücken auf die Nase. Hallo Milei, ich mag dich. Hallo Milei, ich mag dich. Hallo Milei, ich mag dich. Ich sag Hallo. Hallo Femme. Ich sag Hallo Milei. Hallo Milei, ich mag dich. Was? Von diesen süßen kleinen Tiny Furries gibt es 20 verschiedene Designs. Also 20 verschiedene Freunde. Und einen extra, den haben wir vorher schon kurz gezeigt. Den goldenen. Und den gibt es ganz, ganz selten im Laden. Müsst ihr mal in eurem Spielwarenladen schauen, ob ihr den erwischt. Da gibt es nämlich nur 2% davon. Also von 100 Packungen gibt es nur 2 goldene. Und die sind natürlich ganz schnell weg wahrscheinlich. Und mit dem zeige ich jetzt das mit den Haaren. Weil wenn wir unsere tauschen, das macht nicht viel Sinn, ne? Die schauen fast genauso aus hier. Ein bisschen anders, gell? Ja, wir können weg. Andere Farbkombination. Ihr könnt die hier... Nach links. Ja. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, beziehungsweise die Haare im Uhrzeigersinn. Ich wechsle mit denen. So. Und dann könnt ihr die Haare weg machen. Und raus tauschen. Dann nehme ich jetzt Mileis Haare. Jetzt macht es auch nicht viel Unterschied, aber... So und zack. Und dann dreht ihr wieder. Und schon habt ihr einen anderen Tiny Fury. Ich meine, der sieht sehr komisch aus. Okay, steht ihm nicht wirklich. Gell? Okay. Das sieht jetzt aus wie so ein Tiny Fury Opa. Tiny Fury Opa! So mit grauen Haaren. So, dann kann man den natürlich überall hier hin klemmen. Wie so ein Vogel. An den Stift zum Beispiel. An den Finger, an den Schuhransen. Du kannst ihn mitnehmen. Wartet mal ganz kurz. Klatsch mal. Und dann können die noch zusammen singen. Das zeigen wir euch jetzt. Und dafür muss man sie gegenüber stellen. Egal wie viel. Und? Dreimal auf die Nase. Ja, genau. Ein, zwei, drei. Dreimal innerhalb einer Sekunde. Ganz schnell. Eins, zwei, drei. ix oder drei, drei. Enrico Bravo! Bravo! Die lachen sich gegenseitig aus. So, und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, wie das klingt, wenn da zehn beieinander hocken und da im Chor singen. Das warten wir irgendwann später mal probieren in einem weiteren Video. Wie das aussieht. Milet, die lachen nicht aus. Was lachst du so? Hallo Milet, ich mag dich. Das gefällt mir ja gar nicht, das gefällt mir gar nicht. Moment, Moment. Hallo Robert, ich hab dich ganz toll lieb. Hallo Robert, ich hab dich ganz toll lieb. Ja, ich dich auch. Und mich nicht. Nein, der hat den Robert lieb. Guck, nochmal. Hallo Robert, ich hab dich ganz toll lieb. Oh, ich brauch jetzt viel mehr schlafen. Tschüss. Tschüss. Ui! Ui! Tschüss! Tschüss!